ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe hier einen neuen Monitor stehen, 32 Zoll und er ist riesig und jetzt ist meine Cam natürlich viel weiter da oben. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung was es geht in dem Spiel. Es ist so ein kleines Horror-Indie-Game, habe ich mal wieder bei ECHO runtergeladen. Ähm, wir legen einfach mal los, wir gucken was uns erwartet. In letzter Zeit kommt relativ wenig auf meinem Kanal. Ja, Entschuldigung, aber ich habe momentan nicht so die Zeit. Ich hoffe mal, dass ich mal irgendwann ein bisschen mehr Zeit finde. Ähm, sieht schon echt geil aus. Man kann es nicht mit Controller spielen. Ich habe es mal kurz getestet. Man kann sich im Kreis drehen und das war es dann auch. Eine geile Uhr. Kann hier auch nicht. Huch, was ist das denn? Left-click to inspect, track to rotate, right-click to stop. Ah, äh, was? Ah, okay, geil. Zoom kann ich nicht. Geiles kleines Fliegerchen. Ähm, huch. Okay, haben wir hier einen, einen Teddy. Hallo? Hold and click. Äh, 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 äh. Ach so. Uh, okay. Geil. Huch. Was haben wir denn hier? Okay, hier ist... Ja, hat bestimmt ein Grund. Hallo, geht doch mal weg. Hallo, weg. Hat bestimmt einen Grund, warum das hier so... Was ist das? Assorting Cube Piece. Drück mal F. Was auch immer ich jetzt gerade gemacht habe. Ich weiß es nicht. Hier ist noch eine Schublade. Da ist auch nichts drin. Hier ist noch was. Da ist aber nichts drin. Okay. Okay, wir gucken. Alter, Teddy, geh weg. Was ist das denn hier? Ah. Ach so. Aha. Ah, das kenne ich. Das hatte ich auch. Vor einem Jahr noch zum Spielen. Nein. Oh. 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 Warte. Ich will mal wissen. Kann man Schränke aufmachen? Nein. Telefonieren kann ich auch nicht. Telefon-Choker. Oh. Aber hier kann ich. It's locked. Okay. Wie lange haben wir es denn überhaupt noch? Irgendwie. Also entweder ist es jetzt 5 nach 12. Oder ist es Punkt 1. Ist es nicht. Hallo? Kann die Tür nicht aufmachen. Hä? Hallo? Huch. Alter. Lass mich doch mal hier. Du. Was ist denn das? Iiii. Iiii. Guck mal. Iiii. Ist das ein krasses Feeling, auf 32 Zoll zu spielen? Quatsch. Ich drücke. Ich habe eine Taschenlampe. Ich glaube es ja nicht. Maja. Ich. Kannst du mal Tockel Torch? Tockel Torch? Ah. Okay. Alles klar. Ähm. Jo. Kann ich spülen? Nein. Kann ich aber doch raus hier. Was bringt mir jetzt das hier? Huch. Ach so. Jetzt geht hier die Tür um. Alter. Mach keinen Scheiß mit mir. Hallo? Hallo? Da läuft einer. Also theoretisch brauche ich die Lampe ja jetzt nicht, oder? Eher noch genug. Wo gilt denn das so? Es abfällt ein bisschen, manchmal. Okay, hier gibt es einige Räume zu durchforsten. Ja. Komm, geh rein. Also die Grafik-Engine hat schon ein bisschen was zum Rödeln. Die haben sich ja ganz schön angestrengt, da irgendwie was zu machen. Aber irgendwie... Looks like a crank would fit in her... Ja. What? Kann ich irgendwas machen? Nein. Komm mit. Rommel. Oh, ein Puppenhaus. Geil. Noch eine Uhr. Warte denn das. Ja, ja. Oh. 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 Kann ich gar nicht weiter öffnen. Oh. Was ist das denn? The High Priestess... Strücke F. Hab ich es genommen? Okay. Kann ich... Kann ich vielleicht mal hier? Diese Tür. Ja, danke. Batterie nehme ich. Ach. Wo sehe ich denn eigentlich, wie lange meine Batterie hält? Sehe ich nicht. Okay. Hallo. Ich will aber mal Strom sparen hier. Ja. Es hackelt. Aber es liegt nicht an mir. Es liegt am Spiel, dass es so ein bisschen ruckelt. Was ist das denn? Hier ist noch mehr. Hier ist noch... Nein. Ich kann... Aber da ist nichts drin. Das brauche ich hier nicht aufmachen. Was ist das denn? Da ist eine Widmung oder sowas. Was hier? A battery for an old camera. Nehme ich mal mit. Kann man vielleicht brauchen. Ich weiß es nicht. Hier ist noch eine Tür. So. Da ist ja alles überleuchtet hier. Das sieht geil aus. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange dieses Spiel geht. Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Was kann ich hier machen? Weiß es nicht. Es leuchtet zumindest. Was auch immer das... Was ist das? Hallo? Kann ich das denn nehmen? Was ist denn das? Ach, du lieber Gott. Schattenspiele oder was? Hä? Was? Was soll ich denn hier machen, bitte? Keine Ahnung. Muss ich dich vielleicht... Oh, 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 oh. Irgendwie so versch... Ist denn das? Kann das nicht verschieben, wie ich das will? Hallo? Macht doch. Hallo? Muss ich hier vielleicht? Ich kann das bloß vor und zurück, oder was? Was ist das denn? Was ist das? Das kann ich nach vorne machen. Und dann kann ich das... Ich kann das da rüber machen. Was bringt denn das? Irgendwas nachbauen, oder? Was ist denn das? Wahrscheinlich geht nur dieses Ding auf, wenn ich die richtige Form da errate, oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Hallo? 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 Bewegen. Letzter. Hallo? Muss ich hier irgendwas... bauen, oder was? Eine Stunde später. Wo? Hä? Zwei Stunden später. Ja, das passt doch auch nicht. Äh? Sechs Stunden später. Hä? Tausend Jahre später. Zwei-tausend Jahre später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Wie weit? Hä? Hä? Was ist denn das? Hä? Okay. Äh. Alles klar. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, ich habe jetzt gerade vorgespult, oder? Ich hoffe es. Ja! Was ist denn das? Der Crank for a Child's Story? Äh, ist das Toy. Toy meine ich. Äh. Was für ein Kack-Rätsel. Also das hätte er euch jetzt sparen können. Mach mal die Tür auf. Hier ist gar keine Tür, oder was? Alter, macht das Licht aus. Find ich noch eine Tür? Ist doch eine Tür. Ich gehe mal hier lang. Aber hier ist, glaube ich, nichts drin, oder? Ne. Das hier, Bücher, bringt mir nichts. Hier ist noch eine Tür. Hallo? Macht doch auf. Ah. Locked. It's locked. Hier ist vorhin einer entlang gelaufen. Das habe ich gesehen. It's locked. Hier ist nochmal was drin. Ja. Ach. Warte. Ja. Ach. Neh mich. Hallo. Was das? Was denn das? Äh, warte. Irgendein Geheimnis? Nein. Und daneben nicht. Hier ist offen. Hallo. Ach, hier waren wir schon drin. Einmal im Kreis gelaufen, oder was? Das hier. Brautklötzchen. Alter, die Lampe. Mach doch mal was. Warte mal, da war ich... Ne, da war ich ja vorhin auch schon drin. Hallo? Äh, it's locked. Alter, geh doch mal... Mach doch die Tür auf. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Ich habe doch irgendein komisches... ...Täuge... ...gekriegt, ne? Ich habe auch nichts mehr. Ja. Okay, das bringt mir jetzt nichts. Was ist das? Hallo? Äh, vorhin kann ich das noch in die Hand nehmen. Was hier? Okay. Kann ich drin? Das bringt nichts. Ähm, warte mal. Ist da nochmal so... Hoppala. Ist da nochmal so ein Ding, wo ich hier so reinstecken kann? Hallo? Nein. Nicht mehr. Ist da irgendwas drin? Nein. Hallo? Hier nochmal was. Aber ich glaube, hier ist nichts, ne? Nein. Ja, und du? Wo soll ich denn jetzt hin, hier? Habe ich hier irgendwo so ein komisches Teig gekriegt? Ich weiß auch nicht... Ich habe kein Inventar, oder? Habe ich ein Inventar? Nein. Dass ich irgendwo sehe, dass hier irgendwo noch was drin ist? Was hat denn das hier? Hier ist ein Radio. Oh, dieser Radio, da ist nix drin. Da ist nix drin. Da ist nix drin. Hier ist ein Radio. Oh, warte mal. Hier ist... Hallo? Hallo, Batterie. Neh, mich. Hier sind noch... Hoppala, den? Nein. Nein. Radio. Nix. 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 Schwierig. Hier ist noch ne Tür. Hey Christ. Library Key. Ja, wo ist denn der? Library Key. Der liegt bestimmt irgendwo rum. Was ist das hier? Das kenne ich doch irgendwo. Das habe ich da. Amper. Sind das nur Sammelobjekte? Oder ich weiß es nicht. Hier war ich... Alter, lass mich doch mal. Hier war ich drin. Hier ist aber nix mehr. Ich guck nochmal eben gerade hier. Warum leuchtet das so? Da leuchtet nix. Habe ich hier schon reingeguckt? Hallo. Bitte wieder zu. So, hier ist auch nix. Ach, guck an. Ne Batterie. Hallo. Jetzt gibt mir... Ach, Tödel. Warte. Ja, noch mehr Schubladen. Das war total... Total spannend. Das Rätsel, das hat mich schon echt fertig gemacht. Ähm. Was ist denn das? Steht das gerade überhaupt nicht? Hier war ich doch vorhin auch schon drin. Habe ich hier irgendwas übersehen? Hier liegt doch bestimmt irgendwas rum. Nein. Hä? Hier hinten vielleicht? Irgendwann später. So, kann ich hier noch irgendwas nehmen? Ich kann mir das... Angucken. Angucken. Oh, hier ist F. Was ist denn das? Was ist das denn jetzt? What? Wo fährt die denn hin? Halt, bleib stehen. Wo fährt die denn hin? Was? Okay. Nein, nicht zumachen. Auf, bitte. Scheiße. Meine Lampe ist leer. Oh nein, hier ist eine Hau. Lauter Teddy ist... Oh Gott, geh weg. So. Sieht voll strange aus hier. Warum kann ich die alle in die Hand nehmen, die Teddys? Scheiße. Ich brauche noch einer. Feuerchen, hier ist ein Buch. What? Burn the memories? Verbrenne die Erinnerung oder was? Sag jetzt bitte nicht, ich soll die Teddys da reintun, oder? Oh. Ja, zache ich, soll die... Soll die Teddys da brennen? Scheiße, warte. Hier, warte. Alter, nein. Kindergeschrei. Weck mich. Oh nein, oh, ich hasse das. Ich hasse Babygeschrei. Oh nein. Vielleicht kriege ich immer ein schlechtes Gewissen. Alter. Und... Und... Ach. ... Und... Oh nein.